Ja, schön, dass du wieder eingeschalten hast zu einem nächsten Linux Tutorial Video und diesmal dreht sich alles um den FTP Server, den File Transfer Protocol Server unter Linux. Wie installieren wir im konkreten Pure FTPD? Und zwar handelt es sich bei Pure FTPD um einen sehr sicheren FTP Server, der sich zum Ziel gesetzt hat natürlich, Security First. Er ist unter der BSD Lizenz vorhanden und kann kostenlos verwendet werden unter vielen Distributionen. Hier haben wir auch zum Beispiel viele Linux Distributionen wie Debian, CentOS, Fedora und Ubuntu und so weiter, als auch macOS, BSD, OpenBSD, NetBSD, FreeBSD, Solaris und HP Unix und AX Maschinen. Zudem unterstützt Pure FTPD auch viele Sprachen, unter anderem auch Deutsch. Natürlich ist standardmäßig die Sprache Englisch enthalten. Wir können in diesem Video uns anschauen, wie wir den FTP Server installieren, konfigurieren, wie wir einen User anlegen im FTP, wie wir den User verändern und wie wir den FTP Server mit TLS Verschlüsselung absichern können, so dass wir Daten transferieren können, die verschlüsselt sind und nicht wie im normalen FTP Protokoll unverschlüsselt übertragen werden. Und das ist jetzt mein Anliegen. Red Hat User brauchen dafür das E-Peel Release, das es hier für Red Hat zu aktivieren gibt, genauso wie für CentOS. Und das findet man bei Fedora im Fedora Wiki. Ich kann da noch mal kurz mal hier herausschauen im Fedora Wiki Project. Einfach Fedora Wiki E-Peel Release. Ich hole das mal hier auf dem Bildschirm. Schauen wir uns das jetzt hier an. Im E-Peel Release können wir dann die verschiedenen Distributionen für Red Hat CentOS 8 oder Red Hat 7 und so weiter hier installieren. Und dann haben wir das E-Peel Release, mit dem wir dann über YAM oder DNF den Pure FTPD installieren können. Unter Debian Ubuntu ist das ganz einfach. Hier können wir einfach Pure FTPD von Haus aus verwenden und wir haben auch die Möglichkeit, Pure FTPD mit einem MySQL Server oder Postgres SQL Server oder LDAP Client zu nutzen. Weitere Informationen gibt es dann in der Pure FTPD Dokumentation. Wir schauen uns in diesem Video an, wie wir die Standarddatenbank verwenden, die Pure FTPD mitliefert. Und hier in den Dokumentationen gibt es dann eben auch noch, ich mache das ein bisschen größer, eben die MySQL Authentication, Postgres Authentication, LDAP, Virtual User und die TLS Encryption. Die schauen wir uns jetzt an, TLS Encryption und wie wir überhaupt den FTP Server einrichten können, sodass wir darauf zugreifen können. Dazu wechseln wir jetzt mal in die Konsole zu unserem Debian System und hier sind wir jetzt im Debian System. Es ist eine ganz frisch installierte Maschine, die ich mir gerade angemietet habe und hier haben wir Debian 10 installiert. Als allererstes installieren wir uns einen FTP Server. Wenn wir FTP sagen, hier haben wir kein FTP Programm auch drauf, das heißt wir installieren uns auch den FTP Client drauf, einen ganz normalen FTP oder NC FTP und mit FTP Local Host können wir uns dann verbinden. Jetzt bekommen wir Connection Refused, da kein FTP Server auf dem Server läuft, beziehungsweise nicht auf Port 21. Dadurch, dass es eine frische installierte Maschine ist, läuft auch keiner. Wenn wir jetzt APD Cache Search sagen und wir gehen nach Pure FTP mit einem Minus davor, haben wir folgende Package-Möglichkeiten zur Auswahl und zwar den normalen Pure FTP mit eben den Datenbanken, die von Pure FTP mitgeliefert worden sind. Die Common, für die Common Files, die werden automatisch auch mitgenommen, dann haben wir die Möglichkeit eine LDAP oder MySQL oder Postgres Authentication auch zu installieren. In diesem Video schauen wir uns eben an die Standardinstallation. Dadurch installieren wir Pure FTP, apt-get install. Das Ganze führe ich als Root-Command aus, deshalb brauche ich kein Sudo davor setzen. Und ja, das bestätigen wir und jetzt werden hier die ganzen Pakete für Pure FTP installiert. Wir brauchen auch noch eine Gruppe, eine FTP-Gruppe, die können wir nennen FTP-Group und FTP-User und die legen wir uns dann auch gleich an. Und zum einen können wir sagen, Group add FTP-Group zum Beispiel oder FTP-Gruppe und dann sagen wir auch User add minus geht von der Gruppe FTP-Group und die soll auf DEV0 zeigen, die braucht kein Home Directory dieser Benutzer, sondern dieser Benutzer soll einfach dafür da sein, dass der FTP-Server damit arbeiten kann und die File-Berechtigungen hier setzt. Dann haben wir minus setc und als FTP-User angegeben. Gut, als nächstes machen wir uns einen einfachen Ordner, wo wir darauf zugreifen wollen, zum Beispiel im Home-Ordner, mkdir, Home und da sagen wir Webseiten oder FTP oder sonstiges. Hier geht es jetzt um einen FTP-Server, also wir können hier auch natürlich Web-User drauf routen lassen und wir können im FTP dann die einzelnen oder in WWW zum Beispiel die einzelnen Nutzer machen. Zum Beispiel der Benutzer René soll da Zugriff haben und der Benutzer, welchen Benutzer nehmen wir denn? Den Markus. Gut, jetzt können wir den FTP, den haben wir jetzt mal installiert und wenn wir mit Systemctl den Status abfragen für den Pure FTP-Server, läuft dieser bereits. Das heißt, nach der Installation wird er automatisch gestartet und wir könnten schon mit dem FTP-Localhost darauf verbinden, aber wir haben ja noch keinen Benutzer angelegt. Wir können jetzt probieren mit Anonymous und die Anonymous-Funktion ist hier standardmäßig, jetzt bei Debian zumindest sollte es deaktiviert sein, genau. Und jetzt legen wir uns einen Benutzer an. Wir haben jetzt die Gruppe und einen Benutzer für die Berechtigungen unter Linux angelegt und jetzt verwenden wir das Programm PurePW. Mit PurePW haben wir die Möglichkeit, den Pure FTPD zu konfigurieren bzw. User hinzuzufügen, zu ändern, löschen, Passwörter zu ändern und die Datenbank zu erstellen. Hier haben wir User-Add, User-Mod, User-Dell für löschen, modifizieren, hinzufügen und natürlich schauen, wie der User ist, das Passwort ändern und die PureDP-Datenbank-File zu aktualisieren bzw. hier anzulegen. Mit Minus-D können wir eben das Home-Direktory anlegen und mit Minus-Großen-D eben auch Home-Direktory, aber ohne Change-Root-User. Gut, wie geht es jetzt weiter? Wir legen unseren neuen User an. Wir haben eben den User René und Markus zum Anlegen. PurePW und wir sagen hier User-Add, René als der Benutzer FTP-User und eben in Home-Verzeichnis, Home-FTP-René zum Beispiel. So, hier den Backslash weg und danach müssen wir ein Passwort angeben. Ich nenne es mal einfach René123. Natürlich sollte man hier ein sichereres Passwort angeben und das Ganze machen wir mit Markus auch. Markus, Markus123, Markus123. Gut, jetzt haben wir die zwei Benutzer angelegt. Jetzt müssen wir aber, die standardmäßig sucht PureFTP, die Passwort-Datenbank im ETC-Ordner, aber Debian in den Packages ist das eben ETC-PureFTP. Und dazu können wir uns eine Verlinkung machen. Schauen wir uns das Ganze an. Zuerst updaten wir die Datenbank und dann machen wir mit PurePW, M-K-D-B, Make-It-Database. Und jetzt, wenn wir schauen in Slash-ETC, hier haben wir jetzt mit Pure nur den PureFTP-Ordner. In dem Ordner befinden sich das Passwort-File und die PDB-File. Und diese Dateien erwartet eben der Server im ETC-Ordner und nicht im ETC-PureFTP-Ordner. Wenn wir eben nochmal in PureFTP-Ordner hineingehen, sind diese Dateien eben hier drinnen hinterlegt und eben nicht im ETC-Ordner. Und diese verlinken wir jetzt einfach mit ln-s. Können wir sagen, gehen wir den ganzen Pfad an, ETC-PureFTP-D und zwar das PureFTP-Punkt-Passwort-File in ETC und dann ebenfalls diese PureFTP-Passwort. Und dasselbe mit der DB-File und mit der PureDB-File. Jetzt verlinken wir uns im Prinzip nur die ganze Konfiguration in den ETC-Ordner, dort wo sich standardmäßig der PureFTP-D erwarten würde. Gut, als nächstes erwartet auch noch, wir möchten noch einen weiteren Link, die PureDB-Config. Diese befindet sich in ETC-PureFTP-D.conf. Wir könnten die Konfigurationsdatei natürlich auch anpassen und bearbeiten. Und es gibt ja immer mehrere Möglichkeiten, wie man sowas bewerkstelligen kann. Nach ETC-PureFTP-D ins Out-File. Und hier haben wir ebenfalls, wird hier die PureDB erwartet, wenn wir nicht MySQL-Authentification nutzen. Das sei immer dahin gesagt. Jetzt müssen wir auch die Berechtigungen für den Ordner setzen. Das heißt mit ChangeOn-HR, großes R, FTP-User.FTP-Group auf den Home-FTP-Ordner. Wenn wir jetzt hineinschauen in den Home-Ordner, haben wir hier den FTP-User und Group für den FTP und für alle Unterordner ebenfalls gelegt. Wir können auch noch mit PureAdmin. Redorden wir jetzt einmal den Server mit Systemctl-Restart-PureFTP-D.service und probieren uns mal darauf anzumelden. Ich gehe mal hier ins Root-Verzeichnis rein und mache mir hier eine Datei, die heißt Test-Datei. Die befindet sich jetzt im Root-Ordner und die versuche ich auf den Server hochzuladen. Diese Test-Datei hat jetzt noch keinen Inhalt. Ich kann hier Echo XXXX machen und gebe diese in die Test-Datei hinein. Jetzt ist die Test-Datei im Root-Ordner hier mit 5 Byte groß. Gehen wir mit FTP-Local-Host auf unseren FTP-Server, loggen uns ein mit unserem Login und Passwort. Und jetzt ziehen wir hier OK Current Directory, User ist OK, Passwort Required. Wenn wir hineinschauen, haben wir hier noch keine Dateien und mit dem Put-Befehl können wir Dateien hochladen. Und wir laden die Test-Datei hoch. Und Test-Datei ist File Successfully Transfered. Das heißt, wir haben hier die Datei hochgeladen und da ist die Datei. Wenn wir jetzt aus dem FTP-Server wieder hinausgehen und wir gehen in den Home-Ordner FTP-René hinein und schauen mal hinein, befindet sich die Test-Datei, die wir gerade über den FTP-Server hochgeladen haben. Gut, soweit zur Standard-Konfiguration. Wenn wir jetzt ein Passwort ändern wollen oder die Ansicht des Users anschauen wollen, wir können entweder im ETC-Ordner die Datei für FTP.password herausfiltern, editieren, Nano oder VI. Und hier haben wir die ganzen Benutzer, die wir angelegt haben, stehen. Hier zum Beispiel Benutzer samt einem Passwort, der Group-ID und User-ID und auch das Home-Direktory für den jeweiligen Benutzer. Gut, das könnten wir jetzt hier auch editieren, aber machen wir jetzt nicht. Wir schauen uns jetzt an, wie wir das mit PurePW auch nochmal ersichtlich bekommen. PurePW Show René zum Beispiel. Und hier bekommen wir die ganzen Informationen vom User René oder vom User Markus. Und hier sehen wir dann auch den Home-Direktory für den Benutzer und wie viel die Bandbreite beträgt, wie viel die maximale Filesize beträgt oder welche IP-Adressen hier erlaubt sind. Dann können wir eben auch noch sagen, wir wollen mit PurePW PassWD René das Passwort ändern. René haben wir jetzt das Passwort geändert für den User René. Wenn wir sagen, wir wollen aber das Home-Verzeichnis ändern, können wir sagen, User-Mod René minus D für das Home-Verzeichnis, Home-Direktory. Und wir können sagen, Home-FTP ist ebenfalls der Markus-Ordner. Und danach, wenn wir solche Änderungen durchführen, müssen wir immer PurePW MKDB, um die Datenbank abzudäten. Wenn wir uns jetzt den Inhalt anschauen von der PureFTP PassWD Datei, haben wir hier, der Benutzer René hat als Home-Direktory ebenfalls Markus stehen. Das heißt, wenn ich mich jetzt anmelde auf dem Server, Localhost mit René, müsste die Testdatei nicht mehr sichtbar sein, da sie ja im René-Ordner ist und nicht im Markus-Ordner. Und hier ist die Testdatei nicht sichtbar. Wir können hier einen Ordner darstellen, Testordner. Und jetzt haben wir hier einen Testordner. Dann gehen wir hier raus, schauen ins Home-Verzeichnis, FTP Markus. Und hier gibt es den Testordner jetzt. Der Testordner ist natürlich leer, da wir ja nur den Ordner angelegt haben, aber sonst nichts installiert haben. Gut, diese Dateien werden jetzt alle unverschlüsselt übertragen. Bedeutet eben, wir haben kein SSL-Zertifikat. Wir könnten entweder ein SSL-Zertifikat von Let's Encrypt oder ein gekauftes nutzen oder wir nutzen ein selbstsigniertes SSL-Zertifikat. Der Nachteil daran ist dann ein selbstsigniertes Zertifikat, das ein Pop-Up-Fenster aufploppt und sagt, Achtung, das ist kein signiertes Zertifikat, das ist im Prinzip, wollen Sie fortfahren oder nicht. Im Prinzip von der Verschlüsselungsmethode her macht das keinen Unterschied, aber die FTP-Programme geben eine Warnung heraus, dass es sich hierbei um ein selbstsigniertes Zertifikat handelt und nicht eines von einer Zertifizierungsstelle. Gut, aber die Daten werden trotzdem sicher verschlüsselt übertragen. Wie können wir das Ganze jetzt sicher machen? Indem wir mit abiticketinstall OpenSSL mal installieren. Wenn es schon installiert ist, können wir dann gleich weiterfahren. Zum einen können wir TLS-Verbindungen aktivieren, indem wir die PureFTPD-Config ändern. In dem Ordner PureFTPD-Conf gibt es hier verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Und im Prinzip ist das Ganze auf Pfeilbasis aufgebaut. Wir brauchen eine Datei, die hier nennt sich TLS und wir können zum Beispiel sagen mit Echo 2, das heißt, wenn der Wert 2 in der Datei TLS steht, dann haben wir eine TLS-Only-Verbindung. Bedeutet, der FTP-Server lässt gar keine unverschlüsselten Verbindungen zu und nur mehr verschlüsselte Verbindungen zu. Wenn wir 1 nutzen in der Datei TLS, dann nutzt er sowieso so oder so. Das heißt, wir können unverschlüsselt hochladen und verschlüsselt. Und mit 1 können wir zum Beispiel sagen, in dem TLS-File hineinschreiben. Da passiert jetzt nichts anderes, als dass wir eine TLS-Datei haben, wo der Wert 1 darin steht. Wenn wir CutTLS machen, sehen Sie, es steht hier nur 1 drin. Denn anhand dessen weiß Pure FTP-D, dass es hierbei um den Wert 1 handelt bei TLS und er lässt eben verschlüsselte und Unverschlüsselverbindungen zu. Aber wir brauchen noch einen SSL-Key. Den erwartet Pure FTP-D auch im Ordner ETC SSL Private. Das ist ein Standardordner, wo sich viele darauf geeinigt haben, die Schlüssel dort abzulegen. Wir können den Ordner erstellen, falls es den nicht gibt, mit Make Directory in ETC SSL. Und hier ein Private. Der Ordner gibt es in meinem Fall schon. Und dann können wir den Schlüssel anlegen. Den Schlüssel können wir generieren mit OpenSSL. Wir requesten einen Schlüssel nach dem X509 Standard. und mit No DES Verschlüsselung, also keine DES. Und die Tage der Gültigkeit, zum Beispiel 365 oder mehr. Man kann das im Prinzip unendlich ausweiten auf 7000. Und wir wollen einen neuen Key erstellen mit RSA Verschlüsselung 2048 Bit. Und den Key wollen wir Key Out hinein ausschreiben in ETC SSL Private. Und hier ist es wichtig, dass wir Pure-FTPD.PAM angeben. Und die normale Ausgabe soll ebenfalls in ETC SSL Private Pure-FTPD.PAM angegeben werden. So, ich hoffe, ich habe mich jetzt nirgendwo verschrieben. Ich kontrolliere das nochmal kurz. Einmal den Out Key und einmal den Key Out und einmal den Out Wert. Und wenn wir das Ganze bestätigen, haben wir jetzt hier Unrecognized Day. Das heißt hier Days. Und jetzt können wir die ganzen Werte eintragen. Zum Beispiel D für Deutschland. Nehmen wir Berlin. Und hier ist es im Prinzip beim selbstsignierten Zertifikat ja relativ egal, welche Werte da drinnen stehen, da die sowieso nur fiktive Werte sind. Nehmen wir Berlin. Dann Internet, LTT, Rene Fürst. Und Section, sagen wir IT. Und der FQDN, Rene Fürst. Das spielt hier im Prinzip gar keine Rolle. E-Mail-Adresse können wir auch leer lassen. Und dann wird auch der Key erstellt. Dann müssen wir noch den Wert setzen für den Key. Und beziehungsweise den Wert, den Mod setzen. Wir brauchen in ChangeMod 600 auf etc.ssl private pureftpd.pem Wenn wir uns anschauen jetzt die Datei, haben wir hier die Datei mit den Root-Rechten und nur Leseschreibrechte für den Root-Benutzer. Der FTP-Schreiber kann darauf zugreifen, aber keine anderen können darauf zugreifen, da der Inhalt hier versteckt ist. Mit Cut auf den Inhalt können wir uns die Schlüsseln hier anzeigen lassen, die generiert worden sind. Und dann starten wir den Pure FTPD neu. Und schauen wir mal nach, ob der FTP auch noch reagiert auf unverschlüsselte Verbindungen. Und wir sind hier angemeldet. Und jetzt probieren wir das Ganze eben mit einem Client aus, wo wir eine verschlüsselte Verbindung versuchen aufzubauen. Die Standard-FTP-Variante im Linux-Terminal unterstützt keine TLS-Verschlüsselung. Deshalb nehme ich hier unter macOS zum Beispiel den CyberDark. Unter Windows könnte man den FileZilla nutzen. Wenn ich jetzt hier auf Verbinden gehe, verbindet er sich auf den Server. Und hier kommt das selbstsignierte Zertifikat. Das heißt, hier ist ein Fehler aufgetreten. Ist aber nur ein Fehler, da es sich hier um kein Zertifikat handelt von einer signierten Stelle. Und hier sehen wir dann auch unsere Daten, die wir eingegeben haben. Zum Beispiel Berlin Berlin, Internet LTT. Und das ist im Prinzip das Ganze um und auf. Wir könnten aber eben ein Let's Encrypt-Zertifikat dafür nutzen oder ein eingekauftes Zertifikat. Dann brauchen wir aber auch die Domain dazu. Mit Fortfang können wir uns jetzt auf den Server verbinden und können jetzt sicher unsere Dateien übertragen. Ja, gut. Soweit zum Thema Pure FTPD einrichten und konfigurieren unter Linux. Es gibt natürlich noch zahlreiche Möglichkeiten, wie wir den FTP-Server selbst noch konfigurieren können. Eben mit den Konfigurationsmaßnahmen in verschiedenen Dateien, in den Pure FTPD-Conf. Aber dieses Video ist jetzt eh schon lang genug geworden. Und jetzt die Basics habe ich Ihnen jetzt mal erklärt und ich hoffe, Ihnen hat das Video soweit gefallen. Wenn Sie jetzt noch Fragen dazu haben oder irgendetwas unklar ist, die ganzen Befehle finden Sie in der Beschreibung. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video gleich wieder und wünsche Ihnen bis dahin viel Spaß. Und wenn Sie jetzt noch Lust bekommen haben, hier weiter mit Linux zu arbeiten und weiter über Linux zu lernen und Ihnen an meine Videos gefallen, dann schauen Sie mal bei meinen Kursen auf Udemy vorbei. Ich würde mich freuen, wenn Ihnen vielleicht der ein oder andere Kurs zusagt und Sie bekommen immer gute Angebote über Udemy von mir bereitgestellt. Jetzt viel Spaß und weiter geht es dann im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.